Okay, meine Freunde, ich bin jetzt mal brutal ehrlich zu euch und zu mir, denn meine Portfolio-Webseite ist so alt, dass sie sogar noch auf eine News-Playlist von mir verlinkt, die ich das letzte Mal am 9.6.2020 aktualisiert habe. Der Grund dafür war natürlich die Erstellung meines zweiten Kanals, aber der ist hier noch nicht mal dabei. Nein, die Bootstrap Academy ist hier nicht dabei. Es ist hier eigentlich nichts mehr auf dem neuesten Stand und ich könnte mir vorstellen, dass auch das, ja, das Copyright ist auch von 2021. Nun gut, das ist definitiv nicht, wie man eine Portfolio-Webseite machen soll. Trotzdem sage ich euch die ganze Zeit, hey, wenn ihr euch irgendwo bewerben wollt, macht eine Portfolio-Webseite. Tja, das ist ein bisschen nicht so gut und ich verlinke mittlerweile eigentlich nur noch auf diese Bio-Link-Seite hier von mir, aber das ist auch nicht wirklich optimal. Die Bootstrap Academy ist hier übrigens von ausgenommen, da sind wir gerade an einem fetten Update dran und das zählt da nicht rein, ja, das ist komplett unabhängig, aber trotzdem sollte ich da mal rangehen. Und das mache ich heute mit unserem heutigen Partner Hostinger. Die sagen hier, ich kann in Minuten meine Vision verwirklichen mit der Hilfe von generativer KI, zum Beispiel auch einen Shop bauen und so weiter und so fort und das will ich mal mit euch heute ausprobieren. Wir haben hier ein Komplettpaket, das heißt, das Hosting wird von Ihnen für uns übernommen und natürlich die Erstellung der Inhalte, mache ich teilweise selber, aber teilweise kann ich auch immer sagen, hey, mach mal KI. Und wir haben Website-Umzug, Domain, Kundenservice und natürlich hier eben diesen ganzen Baukasten, also eigentlich ein komplett sorglos Paket. So, damit möchte ich jetzt also möglichst problemlos alles für mich regeln und hier sehen wir auch schon das Wichtigste. Wir haben 100 Websites, wir haben Support, wir haben aber auch ungemessener Traffic, das heißt, wir sind jetzt nicht irgendwie beschränkt, dass wir nur 5 GB im Monat haben. Da muss man wirklich drauf aufpassen, denn das ist ein häufiges Manko bei vielen Website-Builders oder solchen Komplettpaketen, finde ich zumindest. Und natürlich haben wir SSL, Uptime-Garantie und Backups und natürlich Marketing-Integration und vor allem diese KI-Funktion, die ich heute mit euch testen möchte. So, das heißt, was wir machen ist, wir gehen hier einmal kurz durch, ich mache das mal. Es folgt direkt die Weiterleitung zum KI-Baukasten, ihr seht, ich leuchte so richtig schön lila-blau und ich klicke jetzt hier einfach mal auf mit KI erstellen. Das ist meine Marke, meine Marke ist The Morpheus selbstverständlich. Wir haben ein Portfolio und eine Beschreibung für mich. So, den Text habe ich einfach mal geklaut von meiner anderen Seite und ein bisschen verändert und dann schauen wir mal nach, na, machen wir direkt Website erstellen. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt, wenn ich einfach nur den Text baue. So, das ist meine erste Version der Webseite. Das ist Willkommen bei The Morpheus mit über 2000 blablabla, genau. Dann haben wir hier einen Golfplatz, okay. Dann haben wir hier einige Social-Media-Links, das ist gar nicht mehr so schlecht, das hat sogar schon das X dabei, Wahnsinn. Kontakt at E-Mail.com, dann haben wir hier Instagram, Facebook, es wurden noch keine Links zu bieten, oh. Okay, dann haben wir hier Portfolio, YouTube-Tutorials. Mit über 2000 YouTube-Tutorials bietet ein, äh, bieten ein fast komplettes Studium der Informatik von zu Hause aus. Cool. Dann haben wir hier Essays, Essays, die Probleme der Informatik auf unsere Gesellschaft anwenden. Wir haben ein Podcast, sogar ein richtiges Bild dafür, wow. Ein Podcast, der sich mit aktuellen Themen der Informatik beschäftigt. Cool. News-Formate, aktuelle News-Formate zu den neuesten Entwicklungen der Informatik. Live-Streams, almost. Ich wünschte, ich könnte schon sowas, aber ich glaube, ich kann noch auf keine Bühne gehen und anfangen zu singen. Ähm, aber gefällt mir. Live-Streams, bei denen ich Informatik-Themen live diskutiere und Fragen beantworte. Das ist absolut akkurat, das habe ich so nicht angegeben. Ich habe buchstäblich diesen Text hier genommen und den reingeschrieben, da habe ich noch gesagt, ich habe Essays, die gesellschaftliche Themen machen. Dozent an Hochschulen, Dozent an offiziellen Hochschulen wie Ziggurat-Hochschule in Barcelona und der Hochschule Fresenius. Wahnsinn! Über uns erfahren wir über The Morpheus, unsere Missionen, hochwertige Informatiktutorials für alle zugänglich zu machen. Abstände hinzufügen, Kontakt. Ey, das ist echt gut. Damit kann ich ja arbeiten. Das ist, look at that, ne? Das ist quasi, was ich hier gemacht habe, nur dass ich hier eben die ganzen Tutorial-Reihen einzeln aufgeschrieben habe. Und hier dann einfach, ja gut, also ich meine, Kryptik ist mittlerweile nicht mehr unter meiner Kontrolle in dem Sinne. Gut, den Discord-Server habe ich in der Beschreibung auch nicht erwähnt. Den könnte ich, ich muss es auf jeden Fall noch überarbeiten. Also grundsätzlich sehr, sehr gut. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier mit, nicht Abschnitt bearbeiten, Header bearbeiten. Da fehlt natürlich noch sowas wie ein Icon oder sowas. Wir machen mal hier Bearbeitungsmodus. So, wir wechseln mal kurz und bekommen hier direkt einen Rundgang. Wir können, genau, wir können hier das alles bearbeiten. Ja, okay, das ist, glaube ich, relativ eingängig. Da brauche ich keine große Erklärung dafür. Startguide kann man da oben auch sonst wieder finden. Okay, also, was wir brauchen ist natürlich, wir müssen hier ein Logo einfügen. Dazu brauche ich hier aber, glaube ich, gar nicht rein. Ich gehe hier einfach mal auf Header bearbeiten. Hier, genau, Logo. So, Bild ersetzen. Genau, ich hätte ganz gerne, uh, AI-Logo. Fancy. Nein, wir laden hier unser eigenes Bild hoch. So, und das wählen wir als Logo aus. Das ist vielleicht von der Farbe auch nicht so gut. Aber ich glaube, ich will sowieso ein bisschen eine andere Farbe haben. Ich muss euch mal kurz verschieben. So, weil sonst sehe ich nämlich hier gar nicht so alles richtig. Logo anzeigen. Logo Breite passt. Menü Element. Genau, nee, das ist auch okay. Eigentlich, nee, ich glaube, da brauche ich nicht das Quadratische, sondern wir gehen hier einmal kurz. Ja, das ist besser. So, ich habe mehrere Logos, also quasi mehrere Formate davon. Und vielleicht brauche ich es auch als Weißes. So sieht es doch schon sehr viel besser aus. Okay, cool. Ähm, an sich bin ich damit eigentlich ziemlich glücklich. Ich wechsle gerade nur nochmal kurz die Farbe ein bisschen durch, sodass wir richtig schön auch so ein bisschen Cyberpunk-farbig sind. Na, vielleicht nicht so krass. Mach ich immer eher in die Richtung. Boah. Ne? So. Ja, weiß nicht. Ich bin leider kein Designer, so. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, der Header ist so am besten aufgehoben. Ja, ich habe keine Ahnung von Design. Das ist furchtbar. Okay, ähm, das dürft ihr aber natürlich selber machen. Also ein bisschen Design muss man schon noch selber machen. So, dann machen wir hier mal KI-Tools. Wir haben eine KI-Heatmap. Aufmerksamkeitskarte generieren. Oh. Okay. Das ist eine Aufmerksamkeitskarte, die generiert wird. Also wo, wie viel Aufmerksamkeit draufkommt. Hier natürlich Überschrift am meisten. Der Ball hier. Interessant. Das heißt, es sieht sogar bei den... Okay. Verstehe. Ähm, das heißt hier auf die Social Media Links, auf die Kontakt, die Überschriften, die Bilder. Das ist aber unabhängig, glaube ich. Das wird komplett, ähm, ja, generiert, basierend auf dem, was zu sehen ist. Ähm. Weil hier diese Social Media Logos, die sind an sich eigentlich in dem Bild eingebettet. Und die werden, bekommen also eine relativ hohe Aufmerksamkeitsrate. Livestreams, da kommt eher der Typ hier, der singt im Vordergrund. Vielleicht sollte ich auch die Bilder nochmal überarbeiten. Ja, machen wir. Also es ist wirklich super simpel. Ich habe das gerade mal ganz kurz hier gemacht. Hier einfach kurz die Abschnittfarbe geändert. Hier kann man auch das Layout noch verändern. Ähm, das wird alles quasi für mich gemacht. Ich kann Anker setzen. Ich kann natürlich den Text auch bearbeiten. Hier kann ich zum Beispiel den KI-Assistenten fragen, was ich gerne haben möchte. Informatik, Tutorials, Ähm, Essays, die auf gesellschaftliche Probleme mit und durch Informatik hinweisen. Podcasts, Social Media, Livestreams und vieles mehr. So, probieren wir mal. Ja, ähm, ist ein bisschen viel mit 2000 Konten, ne? Ich glaube, es ist ein bisschen viel. Ich glaube, ich würde den mal tatsächlich ein bisschen kürzen. Also das war schon davor besser, weil so langer Text ist nicht gut. Das machen wir nicht. So, ich glaube, das ist ganz cool. Das finde ich in Ordnung. Ähm, das Bild hier passt natürlich auch nicht so sonderlich gut. Wir machen hier mal, ähm, Alttext nehmen. Wir machen Bild ersetzen. Ähm, Bilder. Dokumente? Nein. Meine Bilder? Ähm, kostenlos. Oh, ah, das ist quasi aus einer Stockbibliothek einfach. Okay, ja. Ne, das können wir einfach ersetzen. So, also ich habe mich jetzt buchstäblich drei Minuten damit auseinandergesetzt. Ich habe hier mal den Text ein bisschen angepasst. Habe das hier angepasst. Habe ein YouTube-Video eingebunden, was über einen Button geht. Was super geil ist. Und eine Sache will ich euch ganz besonders zeigen. Ich war gerade hier unten, ähm, habe meine E-Mail-Adresse bearbeitet. Bin einfach wirklich von oben nach unten durchgegangen. Habe dann hier gesagt, okay, Social-Media-Symbole bearbeiten. Hier wurde mir vorgeschlagen, Facebook zu nehmen. Dann habe ich einfach gesagt, nö, will ich nicht. Mach mal bitte YouTube-Link. Und es hat einfach buchstäblich instantan von dem Logo von Facebook auf das Logo von YouTube gewechselt. Das ist super, super hilfreich. Ähm, Instagram machen wir selbstverständlich auch noch rein. Aber ich würde gerne noch einen zweiten reinbauen. Machen wir zunächst einmal hier einen neuen Link. Also im Endeffekt ersetzt das dann auch meinen Bio-Link, ne. Das ist echt beeindruckend. Das ist richtig, richtig gut. So, Social-Link-Haken. Fertig. Da ist es schon. Seht ihr das? Das geht so schnell. Das ist wirklich praktisch. Äh, ich mach das mal fertig. So, das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Also ich hab jetzt hier ungefähr so 20 Minuten reingesteckt. Und hab jetzt hier eine Überschrift, einen kleinen Text. Ähm, das hier sollte ich noch ausblenden. Hm, das kann ich nämlich auch machen. Ich kann sagen, manche Sachen sind nur in der mobilen Ansicht und manche Sachen sind eben nicht in der mobilen Ansicht. Also hier kann ich sagen, ey, auf der Desktop-Ansicht bitte versteckt. Auf der mobilen Ansicht ist das da. Denn ich brauch das in der mobilen Ansicht, weil ich hab zu viele von diesen Social-Media-Symbolen. Ähm, und ich, naja, das hier ist halt, das ist eigentlich die volle Liste, aber es passt nicht alles hin. Und das sind dann eben die restlichen noch. Während auf Desktop kann ich die natürlich einfach alle anzeigen. Die werden mir hier so angezeigt. Dann hab ich hier einmal das Portfolio. Ich kann hier direkt drauf verlinken, bei Bild bearbeiten. Aktion kann ich direkt einen Link zu meinem YouTube-Kanal öffnen. Hier hab ich direkt ein YouTube-Video eingebunden. Hier direkt der Link zum Podcast. News-Formate verlinkt auf mein Instagram. Ähm, Livestreams verlinkt auf Twitch. Ähm, Dozent an Hochschulen verlinkt einfach auf gar nichts. Weil brauchen wir nicht. Und das machen wir noch ein bisschen kürzer hier. Hier einmal, ähm, der Text ist auch komplett, ähm, KI generiert. Also ich hab da eigentlich nichts mehr dran gemacht. Text bearbeiten. Beziehungsweise ich könnte da natürlich noch was dran machen. Aber, ähm, passt für mich jetzt gerade so. Hier unten ist noch ein Kontaktformular mit allem drum und dran. Und an sich ist das eine relativ übersichtliche Seite. Jetzt hab ich hier natürlich Über dabei. Äh, das ist nur diese Über-und-Seite. Die werde ich wahrscheinlich löschen, weil die brauch ich tatsächlich nicht. Und Kontakte werde ich auch löschen, weil das alles auf der Startseite auch schon dabei ist. Das kann ich hier drüben machen über das Webseitenmenü. Das heißt, ich lösche hier einfach, ähm, das, ähm, das Über. Einmal hier raus. Bye. Und dann löschen wir Kontakte aus der Navigation. Bye. Und anschließend hab ich hier alles, was ich brauche. Hier kann ich natürlich noch weitere Dropdowns, etc. Einfügen, wenn ich das möchte, passt aber für mich erstmal soweit. Ich brauche nur meine Startseite gerade. Und wenn ich zum Beispiel einen Shop möchte für meinen ganzen Merch oder einen Blog, das überlege ich mir tatsächlich noch, ob ich noch einen Blog machen kann. Und da vielleicht mal ein bisschen mit KI-generierten Texten oder sowas rumspiele für euch. Ähm, dann kann ich das hier auch machen. Das ist allerdings jetzt eher was für mich natürlich. Also das ersetzt nicht meine, ähm, ja, meine, meine Webseite. So, und dann gehe ich hier einfach auf Online-Store. Dann mache ich hier Store einrichten, bis zu 500 Produkte, schnelle Einrichtung, blitzschnelle Seiten, großartige SEO-Leistung. Machen wir Store hinzufügen, padam, und da haben wir schon einen kleinen Store. Das ist der Wahnsinn. Ähm, und dann werden auch direkt hier alle Produkte angeboten. Ähm, jetzt muss ich natürlich hier den Store noch ein bisschen verwalten. Das heißt, ich mache hier Produkte verwalten. Und das leitet mich dann direkt auf meinen Produktkatalog weiter. Ähm, mein, ne, ähm, The Morpheus Merch Store. So, tadaa. Weil das ist ja wirklich Sachen, die ich als, als Influencer sozusagen mache. Ähm, während die Academy ist ja wirklich eine ausgelagerte GmbH. Ich will die eigentlich möglichst nicht überlappen lassen. Das heißt, wir machen Deutschland, wir machen Euro, finde ich gut. Machen wir weiter hier. Und dann kann ich hier tatsächlich einfach so einen Store einfügen. Wirklich ohne Probleme. Das ist jetzt allerdings ein bisschen was, was, glaube ich, den Rahmen von dem Ganzen hier sprengt. Ich will eigentlich gerade keinen Store haben, weil ihr müsst wissen, es gibt zwar Merch von mir, aber der wird nicht von mir hergestellt. Ich mache den nicht bei mir. Der wird tatsächlich, also wenn ihr den kauft, wird das bei Kauf quasi freigeschalten. Und dann bekommt ihr, ähm, dann bekommt ihr direkt die Ware sozusagen hergestellt. Und erst dann wird sie eben von den Leuten, die es auch verkaufen, hergestellt. Also, ich mache das gerade nicht. Deswegen ist der Store gerade noch für mich ein bisschen zu krass. Ähm. So, und so leicht ist der auch wieder gelöscht. Also, ich habe hier wirklich auf einfach Store löschen geklickt und fertig. Also, das muss ich sagen, ist super, super comfy. Und ich klicke jetzt mal hier kurz auf Vorschau. Ihr seht auch, das kommt so ein bisschen raus, so plopp. Das ist auch ein cooler Effekt, den irgendwie momentan sehr viele Leute benutzen. Wir sehen hier auch tatsächlich direkt Google hat. Ja, also, das ist auch auf jeden Fall sehr, sehr solide. Ich glaube, den werde ich noch ein bisschen anpassen. Da sind so viele Elemente drauf. Das sind auch alles Sachen, die so nacheinander wachsen. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool. Und es sind halt deutlich weniger Sachen, die ich bearbeiten muss hierbei. Das ist jetzt meine mobile Ansicht. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, ähm, ihr könnt mir gerne mal Feedback hierzu geben. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Aber so wie es aussieht, also, also ich bin ziemlich happy damit. Und, ähm, ich glaube, jetzt wo ich das hier so ein bisschen noch angepasst habe, ich werde das jetzt einfach buchstäblich mal so veröffentlichen. Ähm, und damit bin ich, glaube ich, auch schon gleich live. Das ist es. Ja, tatsächlich. Es ist nicht die schönste, sie ist nicht fertig, aber, also, ich muss sagen, ich habe das Ding in 20 Minuten gebaut. Und, ähm, ich habe ein Home für meine ganzen Livestream-Angelegenheiten, für meine ganzen Social-Media-Links, für News, für Podcasts, wie gesagt. Das ist, ja, es ist ziemlich angenehm. Cool. Ähm, schreibt mir gerne mal, was ihr dazu meint, ob ihr dasselbe mal ausprobieren wollt, was euch daran noch gefehlt hat. Und, ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Generieren. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Generieren.